Moffs steht für Multiorganversagen und metabolische Acidose ist letztlich eine Übersäuerung des Körpers. Wenn ein Patient zum Beispiel eine schwere Infektion erleidet, das heißt zum Beispiel eine schwere Lungenentzündung kommt es primär erst mal zum Organversagen der Lunge. Wenn die Erkrankung Schwere weiter zunimmt, dann werden zunehmend andere Organe davon mit betroffen. Wenn jetzt zum Beispiel Nieren und Lunge dazu kommt, dann hat man drei Organversagen und damit ein Multiorganversagen. Nimmt diese Erkrankung Schwere weiter zu eben, dann kommt es zu einer Übersäuerung des Körpers, das heißt der Körper kann nicht mehr selbstständig entsprechend entgiften und in der Endstrecke dann entstehende metabolische Acidose, sprich eine Übersäuerung des Körpers. Prinzipiell kann es jeden von uns treffen, das heißt im Rahmen einer schweren Infektion kann es eben zum Multiorganversagen kommen und das kann eine ganz normale Bagatellinfektion sein, die sich dazu entwickelt. Das Tückische an einem Multiorganversagen ist, dass es irgendwann in einem Circulus Viziosus endet, das heißt durch den Ausfall der Entgiftungsorgane ist es so, dass es eben zu einer zunehmenden Erkrankung Schwere kommt und letztlich der Körper nicht mehr selber in der Lage ist eben diese Entgiftung zu übernehmen und das ist der Zeitpunkt wo man letztlich versuchen muss von außen her entsprechend einzugreifen und von außen her eine Entgiftung vorzunehmen. Und wenn man sich anschaut welche Organe sind betroffen, dann ist es am häufigsten die Lunge, an zweiter Stelle die Niere und an dritter Stelle eben die Lehmann. Die Probleme des Multiorganversagens und der metabolischen Acidose werden durch die direkte Behandlung des Blutes gelöst in einem Kreislauf außerhalb des Körpers. Das heißt das Blut wird dem Patienten entnommen, es wird behandelt und den Patienten wieder zurückgeführt. Dabei wird die fortschreitende Übersäuerung der Organe durch die Korrektur des pH-Wertes im Blut sehr effektiv unterbrochen. Gleichzeitig werden die Organe, die durch die Übersäuerung des Organismus in Mitleidenschaft gezogen werden, durch die Advoztherapie überbrückt. Das betrifft die Entgiftungsleistung der Niere, der Leber und durch die CO2 Entfernung zum Teil auch schon der Lohn. Das macht das Advoz-Verfahren zum ersten Dialyseverfahren für den Säurebasenhaushalt mit zusätzlicher Multiorganunterstützung. Das ist weltweit einzigartig patentiert und wir sind sehr stolz darauf. Der therapeutische Fortschritt der Advoztherapie liegt in der sehr schnellen und physiologischen Regulation der Übersäuerung durch einen pH-gesteuerten Kreislauf. Der technische Fortschritt des Advoz-Verfahrens liegt in der Erweiterung der klassischen Dialyse um die Integration der pH-Regulierung. Zusätzlich werden die proteingebundenen Toxine entfernt, die normalerweise von Leber und Niere entnommen werden. Innerhalb des Advoz-Multi-Gerätes wird die Dialysierflüssigkeit ständig regeneriert, sodass eine fortlaufende Therapie möglich wird. Durch die Advoz-Multi haben wir deutliche Hinweise, dass die Überlebensrate auf der Intensivstation positiv beeinflusst wird. Wir haben Registerdaten, sogenannte Real-World-Data, in denen wir deutliche Hinweise haben, dass die Überlebensraten sich deutlich verbessern. Das heißt, mehr Patienten überleben die Therapie, als man primär erwarten würde. Aber da ist es so, dass wir noch weitere Studien durchführen müssen, um das letztlich auch in der Zukunft mehr zu beweisen und zu belegen. Unsere Vision ist es, die wirksame Azidose- und Organunterstützungstherapie als Standardversorgung Millionen von Intensivpatienten weltweit zur Verfügung zu stellen. Mit rund 75 hochqualifizierten Mitarbeitern arbeiten wir täglich an der Umsetzung unserer Vision. Der medizinische Bedarf weltweit ist enorm. Allein in Westeuropa und in den USA sind es mehr als 500.000 Sterbefälle pro Jahr aufgrund von Multiorganversagen. 2005 startete Advitus von der visionären Idee unseres Gründers Dr. Bernhard Kreiman. Heute sind wir ein vollstufiger und zertifizierter Medizintechnikunternehmen. Die Advoz-Therapie ist in klinischer Anwendung in mehr als 20 hochrenommierte Kliniken in Deutschland und in Österreich. Die primäre Herausforderung ist, diesen vollkommen neuen und fortschrittlichen Therapieeinsatz von Advoz in der klinischen Versorgung zu etablieren. In votiven Verfahren sind in der Regel erklärungsbedürftig, was zu einer Verzögerung in der Akzeptanz von den Anwendern führt. Das ist so ein typisches Merkmal von echten Innovationen in der Medizintechnikbereich. Die zweite Herausforderung liegt in den unterschiedlichen Gesundheitssystemen in den Ländern. Wir sind bereits markt zugelassen in der EU, allerdings jedes Land hat unterschiedliche Mechanismen zu der Kostenerstattung. Der Fortschritt durch eine Technologie wie unsere Maschine ist es so, dass wir eine Ein-Gerätestrategie verfolgen. Das heißt, am Patientenbett reduziert sich die Anzahl an notwendigen Geräten und damit verbunden natürlich der Aufwand für das Personal, für die Bedingung dieser Geräte und damit verbunden aber auch die Fehlerrate, die entstehen kann, wenn man mit mehreren Geräten arbeiten muss gleichzeitig. Gerade forschen wir mit dem Frauenkaufen-Institut daran, wie wir künstliche Intelligenz in unserem Advoz-Gerät einsetzen. Es sollte bei der Anwender beim Treffen von optimalen Behandlungsentscheidungen unterstützt werden. Das Ziel ist eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und eine individuelle und optimierte Patientenbehandlung. Behandlungsentscheidungen